Thomas, bist du da? Könntest du mal auf die Bühne kommen? Komm, komm, komm! Hallo! Aui! Gibt's gleich? Wann du willst. Anzeige ich euch, wenn ich das auf Facebook sehe. Mach das nicht. Ich muss, guck mal, ich mein Text an. Es ist zehn Minuten meistens das Text. Musik ab, bitte. Im Planwagen vor mir fährt ein junges Mädchen. Fährt ein, was sie scheint, hübsch zu sein. Danke! Ich weiß nicht, die Jünger haben und ich kenne nicht die Ziel. Ich merke nur, sie werden viel gefühlt. Was ist der röde Kerl? Die Tampien. Wo ist die Nächste? Wann mal? Musik ab, bitte. Was will der röde Kerl hinter mir? Oh, das hat mir schon mal. So geht das nicht. Du musst das so machen, dass man sie nicht schneiden kann. Was ist jetzt? Wie steh ich denn sonst da? Du blöde Kuh. Ich will nichts nicht schneiden. Alles klar. Okay. Musik ab, bitte. Im Planwagen vor mir fährt ein junges Mädchen. Die Bärlein und sie scheint, nütz zu sein. Dankeschön. Ich weiß nicht, die Jünger haben und ich kenne nicht die Ziel. Ich merke nur, sie werden viel gefühlt. Was will der röde Kerl hinter mir nur? Oh, ist sie nicht süß? Das stimmt! Die Jünger! Entschuldigung. Habt ihr noch ein bisschen Zeit? Kannst du noch? Oder möchtest du lieber Frau Peter das Laugh singen? Und auf einmal rein ist das meine Schwimmen. Entschuldigung. Musik ab, bitte. Die Jünger der T- też In Planwagen vor mir fährt ein junges Mädchen. Sie wäre da allein und sie scheint, nütz zu sein. Danke schön. Ich weiß nicht, wie ihr Name und ich stelle nicht im Ziel Oder wo sie nicht mehr gehören, sie werden nicht wie gefühlt Was sind der böse Kerl da hinter mir? Du weißt, wie ich süß Ich frage dich, warum holt er mich denn nicht? Und so weiter Wer fährt jetzt schon ne halbe Stunde? Ich bin nicht hinter mir Ist der Mann schon und er reitet ohne Licht Ich bin nicht hinter mir, ich bin nicht hinter mir Da wird die Sache langsam wurde weg Die Musik ist gut Paar die nächste Anfang einfach auf Es wäre ein schöner Tag Da werde ich mir achten Im Hinterkirchen-Felchen-Felchen Ich mache dich nicht so sehr Ist mein Lied hier endlich auf? Da 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 Aber ich könnte es Ihnen so aus, dass ich mich nicht so ausfühen kann. Ich glaube, es ist so aus, wie ich nicht so ausfühen kann. Das passiert nie wieder, wenn das einfach auf Facebook kommt. Ich habe hier so einen Kandidaten dafür auf Facebook gelegt. Nein, 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 das tut ihr nicht. Was ist von hinten? Was ist von hinten? Gut. Jetzt muss ich ihn mit diesem Vogel verlettern machen. Ja, natürlich!